Wir haben in Redaktion ein neues Feature eingebaut und zwar können wir jetzt auch die künstliche Intelligenz Chat-GPT nutzen und uns Artikel erzeugen lassen. So, Karl Ransayer ist tot und wir möchten jetzt gerne einen Nachruf haben für diesen erfolglosen Erfinder. Das dauert jetzt so 20, 30 Sekunden. Und dann wird ein Artikel, der von Chat-GPT generiert ist, hier eingefügt. Chat-GPT ist einer KI von der Firma OpenAI. Das ist in der Klasse der Generative Pre-Trained Transformer, deswegen GPT. So, hier haben wir jetzt einen Nachruf auf Karl Ransayer. Der ist komplett von der KI verfasst worden. Da hat kein Redakteur mehr dran gearbeitet. Man sieht, wie es funktioniert. Ich habe den Text, den ich an Chat-GPT schicken will, markiert. Dann kann ich den an Chat-GPT übergeben. Wenn ich nichts markiert habe, ist es inaktiv, da kein Text markiert ist. So, die Parameter für Chat-GPT stehen einerseits in den allgemeinen Einstellungen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, was die Firma OpenAI angeht. Max-Token ist eine Anzahl von Token, wie lang der generierte Text sein soll. Token ist eine Abrechnungseinheit bei Chat-GPT oder bei OpenAI. Ein Token entspricht etwa vier Zeichen, im Englischen einem Dreiviertelwort oder im Deutschen ungefähr einer Silbe. So, und man bezahlt eben nach Silben. Interessanterweise zählt auch die Frage, die man stellt, schon dazu. Also, dieser gesamte Text, den man da austauscht mit Chat-GPT, wird am Ende berechnet. So, dann gibt es die Organisations-ID. Das hat auch was mit der Abrechnung zu tun. Und zwar muss man ein persönliches Konto haben bei OpenAI, um Chat-GPT nutzen zu können. Und wenn man jetzt bei einer Firma, bei einem Verlag angestellt ist, kann man ein Verlagskonto einrichten. Und dann werden, im Prinzip die Bezahlung läuft dann über das Verlagskonto. Das heißt, wenn ich als Redakteur Chat-GPT nutze, wird das Verlagskonto damit belastet. So, das Dritte, was man einstellen kann, ist das Sprachmodell. OpenAI bietet verschiedene Sprachmodelle an, die verschiedene gute Fähigkeiten haben, sage ich mal. Aber auch unterschiedlich viel Kosten. Auch wieder eine Kostenfrage. Also, DaVinci ist zehnmal teurer als ADA. Da muss man eben überlegen, ob man mit den Antworten von ADA vielleicht zufrieden ist oder ob es dann doch die teuren Antworten von DaVinci sein sollen. Und das Letzte, ein relativ schwammiger Begriff, Temperatur. Ich habe das mal so formuliert oder würde es so formulieren, das betrifft die Kreativität der Antworten. Also, das ist ein Wert bei OpenAI zwischen 0 und 2, ein Fließkommawert. Und je höher der Wert ist, desto kreativer sind die Antworten. Das hat einerseits zur Folge, wenn man immer wieder dieselbe Frage stellt, bekommt man bei höheren Werten immer unterschiedlichere Antworten. Die unterscheiden sich immer stärker. Hat aber auch zur Folge, dass, wenn es um Details geht, die Antwort immer ungenauer und immer schwammiger wird. Wenn man auf der anderen Seite einen sehr niedrigen Wert wählt, 0, dann sind die Antworten auf immer dieselbe Frage sehr, sehr ähnlich. Und die Genauigkeit der Antwort ist besser. Das ist besser.